Studi-Tipp Tag Leute, jetzt wieder euer Studi-Tipp Sven und ich begrüße euch heute hier aus dem My Return im modischen Mönchengladbach und ich möchte euch heute einmal kurz, oder wir als Team möchten euch heute einmal kurz die Spielsportart, Trendsportart, Beach Badminton zeigen, die wir selbst erst vor ein paar Wochen angefangen haben, die uns aber sehr, sehr viel Spaß macht und wir glauben, dass das einfach eine Sache ist, die könnte sich auch richtig durchsetzen bei vielen und wir möchten euch jetzt einfach mal kurz in ein paar Spielausschnitten zeigen, was wir an der Sportart so cool finden. und wir sehen uns beim nächsten Mal. mein nächstes Mal Wie wir das zeigen jetzt nicht? Ja für mich befreulg Das war's Das war's. So, also das war jetzt Beach Bait Mitten und ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, uns dabei ein bisschen zuzuschauen. Wenn ihr nochmal die Regeln nachlesen wollt, dann könnt ihr einfach auf unserer Homepage www.studietipp.de weiteres nachlesen. Wenn ihr euch über, oder euch auch so ein Equipment, was wir jetzt hier haben, anschaffen wollt, dann guckt auch einfach mal bei den Links unter dem Video rein. Und wenn ihr ansonsten weitere Videos von uns einfach sehen wollt, dann folgt auch auf unseren YouTube-Kanal oder guckt einfach mal bei Facebook unter facebook.com.studietipp vorbei. Alles klar, bis bald!